Und ich darf die Frau Vizebürgermeisterin Geith Weichselberger um Berichterstattung ersuchen. Ja, in meinem einzigen Antrag geht es um die Vertragsverlängerung für die privaten Kinderbetreuungseinrichtungen für das Betreuungsjahr 2020-21 und 2021-22. G-Durz um sechs Krabbelstubenplätze, nicht Plätze, sondern Gruppen, elf Kindergartengruppen und fünf Hortgruppen. Ich ersuche um Zustimmung. Auch zu diesem Tagesordnungspunkt gibt es keinen Diskussionsbedarf. Ist jemand gegen diesen Antrag? Gibt jemand Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Der Antrag würde einstimmig angehen. Ich bedanke mich für die Berichterstattung.